Unser einsatzbelegter Gratus-Gen, auf den wir alle warten, der geupdatet wurde und jetzt einsatzbereit ist für den iTunes-Shop. Alle warten drauf, ich erzähle dir noch ein paar Fakten bevor er in die iTunes-Shop kommt. Dabei könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, die Klöcke mit aktivieren. Raut 2800 Abonnenten meine lieben Freunde, lasst gerne mal ein Like da. Dankeschön. Starten wir jetzt auch schon rein. Und zwar meine Freunde, seht ihr es für die PS5-Besitzer, wenn Gratus reinkommen sollte, was auch passiert, bekommen die ohne PS5, also für die Leute die keine PS5 haben, bekommen dann nur diese Variante angezeigt. Wie schaltet man sich die Goldene, also den Zweitstil, diesen Stil frei? Okay, dazu kann ich dir auch gerne was sagen. Du brauchst dafür eine PS5. Für die PS5-Besitzer unter euch. Ihr schaltet euch das an frei, wenn ihr Fortnite auf PS5 runtergeladen habt, ihr euch mit euren Sachen angemeldet habt und ihr dann, ja, Fortnite startet. Und dann bekommt ihr einen kostenlosen, exklusiven Stil nur für die PS5-Besitzer. Und ja, die Leviathan-Spitzhacke kommt auch zurück. Ähm, ja. Hier mal kurz den Sound. Sein Kleiter. Ähm, schreibt gerne mal rein und ratet mal, wo sich der gute alte Gratus sich festhält auf dem Kleiter. Dann passend dazu bekommt man, glaub ich, noch ein exklusives Emote, wie er die Pick-Eck in der Hand hält und zwar das. Genau dieses Emote ist es. Ähm, das bekommt man auch noch dazu. Ja, wie gesagt, für alle PS5-Besitzer, ihr bekommt dieses Game-Steel gratis. Dann geht's weiter. Und zwar bin ich heute Abend ab 18 Uhr live. Ja, ich bin das erste Mal in dieser Season live mit dem Titel Gratus ist zurück, weil es kann ja jederzeit passieren, dass das nämlich, dass Gratus jederzeit zurückkommt, wie ich auch am Anfang gesagt habe. Weil wir haben ja auch keinen Itemshop-Teiler mehr. Der ist ja weg. Da steht ja jetzt ja DUS. Und deswegen kann es ja jederzeit passieren, dass wir den guten einen Gratus jederzeit zurückbekommen. Morgen, vielleicht am Freitag, vielleicht auch erst am Samstag, vielleicht auch erst am Sonntag. Ja, deswegen hab ich den Titel mal dazu gemacht mit Gratus ist zurück. Punkt, Punkt, Punkt. Den Leistung findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hab noch was geändert auf meinem Kanal. Und zwar hab ich nochmal mein Logo, mein Profilbild und meinen Kanal Banner angepasst. Der ist sehr schwarz. Das heißt schwarzer Hintergrund und weißer Schrift. Schreibt gerne mal rein, wie ihr das findet. Und ihr checkt jetzt unbedingt den Livestream ab, ab 18 Uhr bin ich wie gesagt live. Den Stream findest du entweder angepinnt in den Kommentaren oder auch in der Videobeschreibung von diesem YouTube Video halt. Und das soll es auch schon gewesen sein. Ich wollte euch nicht so lange auf die Folter spannen. Gerne auch meinen Editor Code nutzen. Ihr wisst ja, der fliegt jede 14 Tage, jede 2 Wochen raus. Gerne neu eintragen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag, eine traumhafte Zeit. Das war es von mir. Wir hören uns sicherlich im nächsten YouTube Video wieder. Und jetzt findest du auch hier mein letztes so kleines YouTube Video. Gerne dir auch anschauen. Ciao, ciao.